Ohne Strom läuft nichts. Unternehmen und Produktionen sind abhängig von der permanenten Versorgung mit Strom. Damit alles verlässlich funktioniert, gibt es uns. Ritter Starkstromtechnik, wir schaffen sichere Verbindungen. Wir konzipieren, planen und realisieren die sichere Verteilung des Stroms in Ihrem Gebäude. Ob bei Neu- oder Umbauten, unsere Ingenieure, Techniker und Monteure verknüpfen Gebäude, Anlagen und Betriebe mit den Netzen der Energie- und Datentechnik. Wir binden Ihre Anlagen und Anwendungen ans öffentliche Netz an. Mittel- und Niederspannungsanlagen verteilen den Strom nach Ihren Anforderungen. Netzersatzsysteme sorgen dafür, dass alle Prozesse permanent, stabil und sicher laufen. Unsere intelligente Software PowerManager steuert Vorgänge effizient und präzise. Bei der Realisierung unseres Rechenzentrums war es wichtig, einen Ansprechpartner für die gesamte Energieversorgung zu haben. Dieses haben wir bei der Firma Ritter gefunden. Sie haben uns sehr gut bei der Planung und bei der Realisierung unterstützt. Mit modernster Technik entwickeln wir für Sie Komplettlösungen ganz nach Ihrem Bedarf und in jeder Größe. Wir sind Ritter. Stark in Sachen Strom.